Hallo zusammen, so heute geht es darum, du hast einen Film gedreht mit deinem Handy, mit deinem Smartphone. Du schließt dein Smartphone an deinen PC oder an deinen Laptop an. Ich habe das jetzt mal gemacht. Hier sieht man dann auf der linken Seite mein Handy, hier auf der rechten Seite mache ich den Doppelklick drauf. Dann ist es in dem DCIM-Ordner, da machen wir einen Doppelklick drauf. Dann suchst du dir den Ordner Kamera und hier sind alle Fotos und Filme, die du gedreht hast, drin enthalten. Ich suche mir jetzt mal eben mein Video raus. So, dann markieren wir uns, sieht man, das kann ich so gut. Dann markiere ich mir den Film, rechte Maustaste und sage Ausschneiden. Dann gehe ich auf, ich habe jetzt hier einen Ordner, der heißt Videos, da gehe ich drauf. Hier habe ich mir schon einen Ordner gemacht, 9.06.2016. Rechte Maustaste, einfügen. Und schwupp, ist er hier. Das war es dann erstmal. Diesen Film hier möchte ich jetzt gleich bearbeiten. Da mache ich jetzt einen zweiten Teil von und zeige dir, wie du diesen Film auf deinem YouTube-Kanal hochlädst. Das war es dann auch. Vielen Dank.